Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Panished von Shining Rock Software. Wir befinden uns in dem Jahr danach. Oder in der Folge danach. Was ist denn das? 0% Remaining? Der auch schon leer? Wie sieht es mit dem aus? 0% Remaining? Quatsch! Stonecutter 30 von 30, Tatsache. Da sind 15 hier drin. Und 15 hier drin. Aber im Moment haben wir ja, was haben wir dann Steine? 1000, 1000, jawoll und der Market ist blockiert. Auf Pause, das Hospital ist auf Pause, denn die sollen ja alle hier Stück für umbauen. Ne, nicht reclaimen, ihr sollt aufräumen. Das hatten wir ja schon angedrückt. 47% demolished. Hier wird schon einer rumgebaut, wie es aussieht. That is fine. A laborer, a laborer. Child werden auch wieder geboren, das ist schön. Wie sieht es denn hier oben aus? Auch noch nichts. Schade, schade, schade. Aber hier wird schon was gebaut. Wir haben 20 Bilder, 26 laborer. Großartig verändern möchte ich das nicht. Schwierig, schwierig. Passen wir im Moment noch heute die drauf? Nein. Ja, einer. Ich hätte da noch mehr große. Voll. Auch kein Blödsinn. Hat ich hier nicht irgendwo eingebaut? Voll. Fast voll. Der war auch neu. Der war auch neu. Fast voll. Ach, hier hatte ich ja auch. Oder muss ich ja hier überall noch eine neue Friede verbauen? Wir sind aber leider auch wichtig. Hier oben kriege ich gar keine mehr rein. Mist, 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 Mist. Nee, das ist Hospital. Kapelle. Ähm. Braucht am Weg Zugang? Ich glaube nicht. Oh, hier wäre er auch noch voll. So, rum 44. Ziehen wir mal mit hier hoch. Das Deutschbahn wird repariert. Heißt, ich darf nichts großartig neues bauen. Nein, nein. Friedhof nehmen wir noch mit. Old Edge, Old Edge. Äh, Kropfield. Jawoll. Ja, das brauchen wir jetzt auch noch. Work Harvest Early Autumn. Es wird sowieso. Geharvestet. Komm, dann kannst du mal Vollgas geben. Die sind schon am Runterschnippeln. Kieferblaue sollte eigentlich nichts mehr passieren. Hier unten ist nicht bebaut und das ist ein Obstgarten. Obstgarten. Und da ist es auch schon wieder vorbei. Lass uns mal rüden. Essen haben wir 80.000, ja das ist jetzt kein Problem. Werkzeuge haben wir 560, da sind wir fast am Cap. Kapelle legen wir uns mal raus. Jawoll, da geht es auch schon vorwärts. Und im Winter haben wir mehr Träger für das Zeugs. Kommt, holt das Zeugs von hinten. Ja, ganz wichtig. Sind wir im nächsten Jahr mal ein Riesenproblem. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Achso, wenn wir das Essen überall rumliegen haben. 90.000, was haben wir nun eingesetzt? 90.000 Euro. So wurden wir angefangen. Hier drüben. Hier ist noch nichts gemacht worden. Na komm, dann ziehen wir uns mal die ganze Zeit raus. Die sind wenigstens schon da. Das ist da. Das ist auf jeden Fall angedrückt worden. Der Händler ist da, der interessiert mich nicht. So, das ist auf Pause gesetzt worden. Hier ist nichts weiter kaputt. Die nächsten Sachen sind erst hier. Das ist auf jeden Fall alles schon mal eingedrückt. Ach, das ist der komplette Plexmouth. Das ist der Taylor. Und hier haben wir natürlich auch die Leute rausgenommen. Die müssen wir dann wieder einsetzen. Auch wieder schwierig, ne? Die müssen wir dann wirklich draußen lassen, damit ich die sehe, wenn die fertig sind. Die Taverne. Damit wir dann die Leute wieder einsetzen können vor Schlüsse. Leute, macht keinen Mist. Wir haben zwar 78 Kinder und 76 Jugendliche. Aber. Also Schüler. Ich denke, der hatte die fertig gebaut. Storage-Bahn. Wo ist die? Ne, das ist der Markt. Storage-Bahn. Hier ist nichts weiter kaputt. Was ist das? Da wird eine Storage-Bahn gebaut. Wo bist du denn? Kieferblauge hier. Kalt. Kieferblauge hier. Jo. Nächste Kieferblauge. wow, was macht man bei denen Hühnchens Kannst du doch eigentlich nur alle töten Normalerweise musst du ja jetzt eigentlich alle umnetzen 60 von 0 61 von 0 Wird mir nicht mehr angezeigt, aber sieht nur infiziert aus 59, 60, 61 Du würdest die eigentlich vorher töten Es sind zwei Mitglieder da Ich habe keine Ahnung Die beiden, die hier arbeiten, sollten eigentlich genau das machen, was ich einstelle Nämlich die Hintenein weg, ballern Das nichts mehr stehen bleibt Jetzt wollen wir mal zehn Chirchen Avengers aufheben, vielleicht schaffst du das deinu So, hier oben wird gebaut, der wird repariert, der baut wieder an. Wieso ging der weg? Achso, das war... Den lassen wir mal draußen, 55. Das müssen weniger werden, Leute. So, das war hier unten, das kaputte. Was biete? Achso, das ist der Rohrplatz, der... Ja, das war klar, dass das dann auch mit dazu kommt. Jo, 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 bei 67, dann sagen wir hier, mach sie alle, mach sie alle fort. Könnte jetzt nur hoffen, dass es nicht hier überspringt. So, Stone House ist eh egal. Das wird auf jeden Fall auch schon repariert. Und wir hatten doch noch hier so eine Schleise hier drin. Gotter was hat, der wird gebaut. Wir hatten eine Forrester Lounge und wir hatten ein Hunting Cabin. Wow, jetzt ist es mal richtig überladen im Interface. Aber ich brauche die, sonst sehe ich es nicht. Kapelle, 3 auf 4. Achso, Arbeiter. Ja, da gucke ich immer falsch. Die eingeteilt sind. Ne, ich würde auch ganz ruhig machen. Wann noch zu begrüßen? Ne, hab ich gerne Zeit. Nein, das sind ja Normalen, nicht? Sollte man ja so gar nicht sagen. Psst, das könnte deine Rettung sein. Wohin? Der klappt mir nicht. Dum 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 dum. Die Kapelle, da ist die einfach weg. Jo, jetzt ist der Nächste. Auch ne, ist der. Aber Kapelle, Klerik, sagt mir gar nichts. Dass er noch einen braucht. Schwierig. Das ist gar nicht gut. Das war doch hier unten. Ach ne, das ist die Taverne. Die haben die nur erstmal zurückgebaut. Jetzt muss eine neue gebaut werden. Die müssen die abreißen, damit das Baugrundstück dann wieder so aussieht. Das ist schlimm. Du musst ja erstmal sehen, dass wir dann die Storage waren. Dann brauche ich Laborer, die das Zeugs abtransportieren. Ich brauche Laborer, die das Zeugs wieder hintransportieren. Und ich brauche Bilder, die es bauen. Bilder, die es abbauen und die es neu bauen. Da habe ich immer was zu tun. Hier oben schaffen sie es nicht. Hier haben sie schon 44, das ist gut. Dann kriegen wir es eventuell noch in Griff. Das Problem ist doch dann hier mit diesen ganzen Arbeitnehmern. Da muss ich so, der muss nicht unten auf die Zahlen gucken. Krass. Gatherer, wie viel ich drin hatte. Er zeigt ja immer von 20. Aber ich will ja nicht überall die maximale Besetzung reinsetzen. Da bräuchte ich es mir nicht merken. Hunter, 5 auf 12. Müsste 6 auf 12 sein. Wenn wir zwei Jäger überall reinpacken. Woodcutter ist einfach. Forrester haben wir schon wieder zu viele. Das wären eigentlich 28 mal 2. 56. Sind hier auch etliche Forrester kaputt. Hörbelist. Gatherer. Da bräuchte man auch nur zwei weniger. 19 Leber war nur noch. Werdet fertig in der Schule. Sind wir noch da. Jetzt könnte die Investigation auch mal aufhören. Dass ich nicht alle Hühner raushauen muss. Das wär nicht schlecht. Wir können das Ganze eigentlich nur noch mal auf Mäuzehn machen. Damit wir uns das mal angucken. Der darf ruhig fertig werden. Der muss noch beliefert werden. Nimm mal die Garderaar raus. Meine Hammer. 30. Eisen. Brauche ich nicht. Kohle. Brauche ich nicht. Aber bauts erstmal her. Haben wir es an. Das bringt mir alles nix. Ich muss es dann sehen, wenn es wieder fertig ist. Das heißt, ich muss hier unten immer wieder auf die Zahlen gucken. Trailer brauchen wir nur einen. Wendor 10 von 96. Wie viele gehen denn einen rein? Was war denn das alles? Die hast du doch zurückgebaut. Wieso sehe ich hier einen Kreis? Stonecutter. Kraschet, Bayrock. Ach man. Ach so, das war der. Garderaar. Die werden jetzt alle Stück für Stück wieder bebaut. Boah, das sind. Wenn du überlegst, wie viele das sind. Nicht nur die Bilder. Aufträge. Investigation. Ja gut. Ich kann dir aber auch nicht mehr Herzmen geben. Das ist Quatsch. Jo, hier ist erst das Steinhaus zurückgebaut worden. Und dann mach mal 10 wieder. Genau. Alles Änderung wäre jetzt Quatsch. Hier ist alles da. 72 mal bauen. Das geht eigentlich auch noch. Essen haben wir da. Ich würde hier aber nicht alle rausziehen. Infestigation. Wo? Hier oben? Immer noch. Aber der hat nur noch 8. Der hat nur noch 26. Passt. Kannst du vermeiden, wenn du die weiter auseinanderbaust. Man kann das nicht überhüpfen. Solange es nicht hier hin überhüpft, ist mir das egal. Der hat gleich 0, dann ist das genauer. Sollte das demnächst... Ach, das ist der hier. Das ist ja geil, der hat das doch mal vorher geschafft. Die Investigation ist weg. Dreh mal rum, genau, dass ich das hier nicht verwechsel. Der braucht nur noch 17 Schlachten. Yellow Fever! Wo ist er? Ja, kommt ja eins zum nächsten. Und der ist weit weg. Im Moment begegnet ihm keiner weiter. Doch, jetzt. Es wäre zu schön gewesen. Was ist das? Hospital? Jawohl. Es wäre zu schön gewesen. Lauf zum Hospital und nicht noch zum nächsten. Und da haben wir den nächsten. Und? Drei eingegrenzt. Vier. Nur noch drei Patienten. Nur noch zwei Patienten. Ja. 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 Ach, da war einem kalt. Na ja, gut. Das ist ja jetzt erstmal nicht so schlimm. Was haben wir denn jetzt bringen? Wie sieht es hier aus? 5 von... Oh! Old Edge, Old Edge. Und da geht es schon wieder. 18 Leber. Jetzt wird es langsam. Aber... Ich muss Pause drücken. Hier blinkt es mich schon wieder an. Esserock. Jawoll. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen und Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu Banished von Shining Rock Software. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Und... Tschüssiikowski! Tschüssiikowski!